Sie kennen vielleicht dieses Lied, wo dieser junge Mann immer macht FOTO! Und da habe ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als tausend Worte und ich habe für Dieter Bürgi, ich hoffe, Sie schauen uns zu und ich kann Sie damit bewegen, hier in unsere Sendung zu kommen, ich habe für Dieter Bürgi einen Song gemacht und ein kleines Video gedreht. Schauen Sie sich das bitte an. Bürgi, wo warst du letzte Sendung, als ich dich so gebraucht habe? Bürgi, wo warst du in meiner letzten Sendung? Du wolltest 20.000 Mark, doch das werde ich nicht verschwenden. Warst du das etwa gut, dass ich alleine da saß? Ich hab nicht so nach dir gesehen, denn ich hatte Lochfraß. Du reparierst wohl lieber Waschmaschinen, schön. Doch Bürgi, bitte, bitte, ich will dich in meiner Sendung sehen. Bürgi, vielleicht magst du mich ja nicht. Doch Bürgi, ich brauche dich. Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Bürgi, du warst nie für mich da. Ich hatte böse Lochfraß, ich schwöre, dass es war. Bürgi, du warst nie für mich da. Bürgi, nie warst du für mich da. Bürgi, bitte komm in meine Sendung.